Und jetzt versetzen wir uns in die mondäne Atmosphäre der Caféhäuser in den 20er und 30er Jahren. Piero Trombotta aus Italien schenkt uns einen rasanten Tango. Der wurde besser bekannt durch Hesel Osterwald mit seinem Sextent. Es ist der Kriminal-Tango. Es wird ein Urschmaus und sicher auch eine Augenweide. Lassen Sie sich überraschen. Hier mit dem Kriminal-Tango bitten, wenn wir einer jungen Frau, die heute Abend auch einen wichtigen Auftritt hat. In Düsseldorf, glaube ich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Der elegante Tänzer ist auch ein Mitglied in unserem Orchester. Da muss ich noch sagen, weil ich es vorhin vergessen habe, das Alter von uns, das zuläuft sich so zwischen 60 und 80 und ein bisschen mehr. Applaus 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 Applaus